Wer soll ihn aufhalten? Er hat noch nie ein Ziel verfehlt und er ist so perfekt, dass niemand weiß, wohin er geht. Denn nur die Sterbenden flüstern seinen Namen. Er ist wie ein Phantom und wir erzählen seine Legenden. Er ist ihr letzter Gedanke, bevor die Welt sich auflöst und sie hinübergehen in das Reich der Toten. Und doch ist er ein Mensch aus Fleisch und Blut. Der Tod hat ihn erkannt und folgt ihm wie ein Schatten. Alles! Wurst! Untertitelung des ZDF, 2020